Musik Moin Survival-Freunde, heute möchte ich euch die perfekte Birkenfackel zeigen. Und dazu braucht ihr einen Ast. Und da setzt ihr euer Messer an und spaltet den erstmal. Bis ca. hier hin. Das sieht dann so aus. Dann könnt ihr so einen dünnen Ast reinstecken. Dann setzt ihr euer Messer wieder so quer an. Und spaltet den wieder. So. Dann steckt er da wieder euren Ast rein. So. Dann sieht das so aus. So. Jetzt könnt ihr eure Birkenrinde nehmen und steckt die einfach hier rein. So. Wenn ihr fertig seid und die Stöcke rausgezogen habt, sieht das so aus. Also ihr müsst die Birkenrinde reinstecken und die Stöcke rausziehen, damit das schön enger aneinander ist. Wenn ihr alles fertig gemacht habt, legt ihr es einfach ans Feuer. Und ja, das werden wir jetzt machen. Wenn es dann angeht, müsst ihr das nochmal kommen lassen. So. Und jetzt hört es richtig gut. So. Jetzt kann man zeigen, wie hell das wirklich ist. Und ja, das brennt wirklich sehr sehr lange. Und ist super praktisch. Und er hält wirklich alles. Ja, also das sieht man auch. Jo Leute, das war's mit dem Video. Viel Spaß noch. Und ja, wir werden hier jetzt noch ein bisschen rumlaufen und uns alles angucken. Ciao. Ciao.